Bis nachts du heult am Rechnen bist, denn am Tage funktioniert es nicht. Wenn es dämmer, dann kommt deine Zeit und am Abend bist du bereit. Du heulte meint ein Blatt, ihr nimmst die Musik auf, drehst bis die Stimmung stöhnt. Und du rechnest dann die ganze Nacht, bis die Bleistift nie mehr kracht. Und falls dich jemand unterbrach, rechnest du halt nochmal nach. Es lässt dir einfach keine Ruhe, drum sie zu, drum sie zu. Bis nachts du heult am Rechnen bist, langsam glaub ich, du bist nicht ganz dicht. Zu viel Punkt Punkt Komma Punkt und Strich, wenn du nachts, wenn du nachts, wenn du nachts am Rechnen bist.